hallo liebe gartenfreunde hier ist euer heiko der mit dem schwarzen daumen kann man eigentlich im garten eigenes getreide anbauen ja klar es geht ich habe selbst ausprobiert ja was du dazu brauchst ist erst mal saatgut wenn du das gar nicht so professionell betreiben willst sondern einfach mal ausprobieren dann geht natürlich auch so wie hier vom futtergetreide der futterweizen einfach mal aussehen zum beispiel im märz dann hast du einen sommergetreide das gleiche könntest du auch probieren die gleiche saat im herbst im oktober auszusehen als wintergetreide oft sind die sorten auch für beide aussaattermine geeignet und noch ein zweiter punkt wenn du jetzt zum beispiel bio getreide als brotgetreide hast da gibt es auch noch so ein aberglaube ein irrglaube so nenne ich es mal lieber weil bio ist ja gut denkt man und dieses saatgut das wäre ja dann auch samenecht samenfest also nach dem motto die ernte die könnte ich dann im nächsten jahr auch gleich wieder aussehen tatsächlich gibt es auch bio getreide was entsprechend zugelassen ist als f1 hybride für den biologischen anbau das ist im ersten jahr ganz hervorragend das saatgut kann man aussehen das bringt einen super ertrag aber die ernte davon die kann man nicht wieder aussehen das heißt doch man kann sie wieder aussehen aber das ergebnis im folgejahr das ist dann nicht mehr so hervorragend das kann komplett aus der art schlagen und das ist im prinzip der grund ja dass ich so nicht einfach auf experimente eingehe sondern über einige jahre schon die eine und die andere sorte speziell als brotgetreide speziell als futtergetreide probiere und da die sorten anbaue ja und jetzt schauen wir mal in den film rein wie ich das im märz gemacht habe und wenn du wintergetreide haben möchtest dann muss man im oktober schon das saatbeet vorbereiten und weizen oder hier in dem fall roggen aussehen wenn du das im herbst noch nicht gemacht hast und trotzdem dieses jahr noch getreide ernten möchtest dann ist es noch nicht zu spät denn es gibt auch die so genannten sommergetreide in dem fall hier einen sommerweizen und den kannst du auch jetzt noch bis ende märz aussehen und dann in diesem jahr ernten ja wo kriegst du so ein saatgut noch her was jetzt hier zum beispiel ist vom hof jäbel oder dreschtlegel ist auch in der adresse und als nächstes geht es an die bodenvorbereitung das gute ist hier haben wir im letzten jahr die kartoffeln drin gehabt und der boden der ist noch relativ locker und den rest den haben jetzt noch mal die hühner hier mitgeholfen die haben schön das ganze unkraut und die ganzen körner rausgepickt und jetzt gehe ich noch mal daher erst mal die hühner rauslocken um dann die optimale saatmenge zu haben habe ich mal im internet gegoogelt wie viel korn pro quadratmeter 300 bis 350 korn pro quadratmeter habe dann 100 körner ausgezählt ja und das dann großzügig mal drei genommen also ausgewogen und habe mir dann die menge für zehn quadratmeter in eine kleine tasse gemacht am liebsten hätte ich das so groß breitwürfig ausgesät aber es soll ja zumindest jetzt hier für den anfang mal ein bisschen akkurater werden bis man dann gefühl dafür hat ja und dann wird das hier locker verteilt dass das auch wirklich für die ganze fläche reicht und dann einschließend eingehakt anstelle der hake habe ich mir diese sternfräse hier genommen das geht auch ganz gut die körner die werden richtig runter in den boden rein gedrillt und die saate soll ja schließlich zwei bis fünf zentimeter tief in die erde wenn dann mal noch ein samenkorn oben drauf liegen bleibt das ist dann für die vögel und alles andere was in der erde ist das sollte dann hoffentlich auch aufkeimen und auf die flächen kann man auch gleich auftreten das ist sogar positiv wenn man die erde ein bisschen fest tritt eigentlich könnte man die noch anwalzen damit die samenkörner wirklich im boden sind aber ja so viel aufwand kann will ich hier nicht betreiben noch eine zweite variante die auf alle fälle noch sicherer ist dafür ziehe ich mir rein mit meinem sauzahn arbeit kann ich auch gleich noch in der reihe ein bisschen tiefer auflockern und für die nächste fläche ist jetzt hier eine gerste geplant aber das kannst du genauso mit roggen oder mit weizen auch so machen und zwar werde ich jetzt immer so und zwar werde ich jetzt hier immer so 45 körner das ist ein bisschen mehr also so greifen und die dann im abstand von zehn bis 15 zentimeter in den boden rein drücken dabei verschwinden auf alle fälle die samenkörner exakt in der erde und dann werden die auch noch mal zugemacht die rein und im abstand von circa 35 zentimetern kommt dann schon die nächste reihe ja wie viel getreide nämlich da wichtig ist auch pro quadratmeter die gleiche menge in dem fall auch circa 300 korn pro quadratmeter und das habe ich vorher mal auf einem quadratmeter ausprobiert und da war das halt so diese menge und im unterschied zur breitwürfigen aussaat kann ich hier immer noch schön durchgehen ohne was zu beschädigen und ich habe auch eine hackenbreite und kann hier auch noch mal den boden lockern von unkraut befreien und das jahr über ist das getreide gar nicht anspruchsvoll es wächst so vor sich hin es ist gut wenn es auch zum richtigen zeitpunkt regnet aber in der regel bewässert man getreide auch nicht weil es besteht auch die gefahr dass man zu viel wässert und es würden sich pilzkrankheiten bilden es gibt natürlich auch verregnete jahre da geht es dann dem getreide nicht so gut ja jedenfalls wächst das hier kräftig und gesund vor sich hin und besonders stolz bin ich hier auf diesen roggen das ist die sorte martin schmidt der hat sich hier fast zwei meter hoch entwickelt und das tolle ist auch die halme die wachsen so lang so hoch da hat das unkraut hier unten drin kaum eine chance und damit ist natürlich auch ein gesundes wachstum möglich wenn es geregnet hat dann können die halme schnell wieder abtrocknen und da sieht man auch die züchterische veränderung wie die dazu beigetragen hat dass natürlich diese sorten auch wieder dass die neu gezüchteten sorten auch anfälliger sind eben gegenüber diesen pilzkrankheiten wenn das unkraut gleich hoch steht mit dem roggen dann kann das eben nicht so schnell abtrocknen die kleinen flächen auch damals schon im schrebergarten die habe ich immer in horsten ausgesät und jetzt geht es hier natürlich um größere flächen da habe ich auch das mal mit der breitwürfigen aussaat ausprobiert und ja das ist zum teil nicht so gut gelungen da kann ich mir vorstellen so lückenhaft wie das hier ist dass das die vögel waren die das rausgefressen haben und ja so sind dann auch die bauern auf dem feld gewesen haben vogelscheuchen installiert oder auch mal mit dem schrotgewehr im feld gestanden um die saatkrähen entsprechend zu verscheuchen dann das korn das wurde oft schon weggefressen noch bevor es überhaupt aufkeimen konnte und dann kommt das zu solchen kümmerlichen wuchs das unkraut nimmt ganz schnell die vorherrschaft an und da bin ich dann sogar dabei gegangen das macht man auf dem acker natürlich nicht aber in meinem kleinen getreidebeet habe ich dann auch das unkraut gezupft auch hier auf der etwas größeren fläche habe ich noch mal roggen ausgesät etwas später ich glaube ende märz war es auch einmal in reihen und hier breitwürfig da sieht man den unterschied nicht so extrem also einfach auch vielleicht weil die nahrungssituation für die vögel und nager sich verbessert hat die stürzen sich nicht alle auf dieses eckchen und weil es natürlich eine größere fläche ist da fällt das nicht gleich so ins gericht also das ist auch ein hinweis für dich im garten wenn das nur zwei quadratmeter sind dieses saatbeet das solltest du besonders gut vorbereiten und nicht einfach breitwürfig aussehen dann hast du sofort tauben krähen was auch immer da und die picken dir sonst die saat raus ja hier auf dem großen stück ist noch ein anderes problem dazu gekommen nämlich der wind das unwetter also jetzt ein gewitter durchgegangen für erntemaschinen wäre das sicher ein problem da ich das mit der hand ernte kann ich das sicher noch retten die frage ist überhaupt wann muss geerntet werden ja ist denn das schon erntereif aber ich würde sagen das ist das thema für den nächsten teil dieser serie vom korn zum brot also wenn du magst schalte beim nächsten mal wieder mit ein bis dahin könnte man schon machen übrigens ich bin kein fachmann auf dem gebiet ich bin quereinsteiger also wenn du anregungen und hinweise für mich hast dann schreibt sie gerne unten in die kommentare rein und dann können auch alle anderen die hier das video gesehen haben mit von deinen erfahrungen profitieren und hier mitdiskutieren das wäre sehr schön